So, der Kloot vom Haus, den weise einster Lohr Bösslchen. Die Geschichte vom Haus wird rausgegangen, also wo alles hier kommt. Ja, wo kommt ein Tier? Es ist anscheinend die erste Generation, die am Haus etwas für Wein zu machen, eine Freie, ich weiß mich nicht mehr zu erinnern. In den 67 Jahren war es so ein Fein, und es gab ganz viele Probleme, 20.000 Probleme. Und natürlich, wir haben alles aufgeschafft, und wir wollen es schnell auf der Leinen, wo wir uns auf der Leinen haben. Und für zehn Jahre wurde der Betrieb in der Erg, und man hat die Verhaal, das ist der Betrieb von Maroni. Die Betriebs, die in der Welt insgesamt eine Betriebsregelung hat, und wir müssen uns aufbauen. Und alle die verschiedenen Sochten, die mit Nelkring Driebänen, die traditionell Altsochten, und dann ist der Lohr, und du bist ein Lein, da sind auch noch so. Und wenn du einen Riesling in der Würzeltal da hast du gerne auf den Turnen gezogen, und du bist ein Lein, 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 Nein! Wir können... Wir können... Das hat eine Lein, wir können... Wahnsinn, Wahnsinn! Den Astanelor, die erste Karte, die Astanatrice liegen, er möchte einen Cuvé, der erste Cabernet herstellen.